Startdeutsch 1 Sprechenteil 2 Thema Beruf Arbeitszeit Kollegen Spaß Arbeitskleidung Arbeitsplatz Aufgaben Antwort Arbeitszeit 1. Wann ist Ihre Arbeitszeit? Ich arbeite 10 Stunden am Tag. Kollegen 2. Wie viele Kollegen haben Sie? Ich habe 10 Kollegen. Spaß 3. Haben Sie Spaß an Ihrem Beruf? Ja, ich habe Spaß an meinem Beruf. Arbeitskleidung 4. Haben Sie Arbeitskleidung? Ja, ich habe Arbeitskleidung. Arbeitsplatz 5. Wo ist Ihr Arbeitsplatz? Ich arbeite im Krankenhaus. Aufgaben 6. Was sind Ihre Aufgaben im Büro? Ich spreche mit dem Kunden. Vielen Dank.